Karl, habe ich es gesagt? Ja, warum? Ja, was willst du noch wissen? Nein, ich habe es nicht geholen, dass sie nur so weit kommt. Aber aufpassen will ich noch nicht. Nein, ich habe heute Morgen die Brühe, ich weiß nicht. Ja, wir haben es nicht geholen. Du bist bei Karin. Ja, ich bin bei Karin. Ja, ich bin bei Karin. Wo ist die Rudel? Ich weiß nicht, ich bin bei Karin. Ich weiß nicht, ich habe die Brühe, ich weiß nicht. Aber ich bin bei Karin. Ich bin bei Karin.